Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten. Drei Jahre nach ihrer überstandenen Brustkrebserkrankung unterzieht sich die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erneut einer ärztlichen Behandlung und einer Reha-Kur. Beides finde im Rahmen der Nachsorge statt. Am 1. Oktober will Schwesig wieder zum Dienst antreten. Die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weitestgehend von den Auswirkungen der Corona-Krise erholt. Im ersten Halbjahr 2023 wurden im Nordosten etwa 12,8 Millionen Übernachtungen registriert. Damit hat Mecklenburg-Vorpommern 95% des Niveaus von 2019 erreicht. Auch bei Tagesreisen sind die Zahlen im Sommer 2023 wieder bei dem früheren Normalmaß angekommen. Nach einem High-Five mit Unbekannten an der Schweriner Burgseepromenade musste ein 19-Jähriger am Freitagabend feststellen, dass sein Handy weg war. Die Täter hatten die Unaufmerksamkeit des Mannes genutzt und ihm sein Handy aus der hinteren Hosentasche geklaut. Die Polizei warnt alle Schweriner und Touristen vor kreativen Ablenkungstaktiken, welche immer öfter stattfinden. Die Mecklenburg Bulls laden am 9. September zu einem Probetraining ins Stadion am Lambrechtsgrund ein. Interessierte können sich ab 10 Uhr im Cheerleading, Flag Football und im klassischen American Football ausprobieren. Gesucht werden für das Football-Team Erwachsene und jugendliche Spieler aller Gewichtsklassen für alle Positionen in Offense, Defense und den Special Teams. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.